Was meinen Sie, für welchen Film im ganzen letzten Jahr habe ich die meiste Haue bekommen? Das und noch ein paar andere Fragen, ich beantworte die in diesem Film. Das sind ja schon eine ganze Menge Filme, die ich gemacht habe im letzten Jahr. Bestimmt 60, 70, also jede Menge, es sind ja mittlerweile schon einige hundert. Aber einer, der ragt aus dieser ganzen Filmerei heraus, da habe ich Haue für bekommen. Was natürlich wieder größtenteils darauf beruht, dass die Leute nicht hören, nicht zusehen. Die sehen den Film, lesen die Überschrift, aber hören gar nicht zu, was ich da gesagt habe. Das war der Film Bürgerproteste gegen Energiewende. Da, was ein bisschen provokant war, gebe ich zu, habe ich absichtlich gemacht. In dem Film habe ich ja ganz klar gesagt, ich bin gegen diesen Konverter. Da haben die Leute nicht zugehört, an dieser Stelle. Dass dieser Konverter, der irgendwas mit der Energiewende, irgendwelche Umspannungen, ist ja auch egal, geht ja nicht darum, was da gebaut wird. Dass dieses Ding gebaut werden muss, kein Problem. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Im Gegensatz zu der Bürgerinitiative, die ich da gezeigt habe, wollte ich das nur nicht an der Stelle, aber aus einem ganz anderen Grund. Das kann ich Ihnen sagen. Was schätzen Sie? Wie viel Quadratmeter oder wie viel Hektar oder Quadratkilometer Land, also Naturfläche, Acker, Wald, weiß der Geier was, wird täglich in Deutschland verbraucht. Also versiegelt, bebaut, Straßen drauf gemacht. Wie viel? Ich gebe Ihnen mal 10 Sekunden Zeit. Jetzt denken Sie mal nach und dann sagen Sie sich eine Zahl in Ihrem Hirn. Und dann bin ich mal gespannt, ob Sie da richtig liegen. Und, was meinen Sie? Ich kann Ihnen das sagen. Im Moment liegen wir pro Tag bei 74 Hektar. Das sind 100 mal 100 Meter. 74 Hektar dauernd. 74 mal 100 Meter. 100 mal 100 Meter. Die täglich in unserem Land versiegelt werden. Von 93 an bis 2006 lagen wir so zwischen 100 und 130 Hektar pro Tag. Dann fällt die Kurve. So 2012 rum geht es runter. Jetzt sind wir bei 74 Hektar. Das hat selbst die Politik schon aufgeschreckt. Selbst die geht hin und will da was geben tun. Die will diesen frechen Verbrauch auf 30 Hektar senken. So, jetzt gehen wir mal hin und rechnen das einfach mal profilaktisch aus. 70 Hektar pro Tag. 700.000 Quadratmeter. Das sind 255,5 Millionen Quadratmeter im Jahr. Oder 255,5 Quadratkilometer pro Jahr. Hört sich nicht viel an? Das sind 0,072 Prozent der Fläche der Bundesrepublik Deutschland. Ist eine dumme Rechnung, ich weiß, aber in 1388 Jahren gibt es hier kein einziges Stückchen Gras mehr. Dann ist nämlich Deutschland zugepflastert, wenn wir so weitermachen. Mit 74 Hektar am Tag. So, und deswegen, und das habe ich ja in dem Film auch ganz klar gesagt, was die Leute nicht zugehört haben, deswegen bin ich kategorisch gegen jede weitere Zerstörung von Naturlandschaft. Ich kann mir das erlauben. Ich habe ja meine eigene Meinung. Ich bin kategorisch dagegen. Ob das nun für ein Straßenbauprojekt ist, wobei der Straßenverkehr ja sowieso eines der größten Übel ist, ob das für neue Gewerbegebiete ist oder sonst was. Wo ich ja noch ein klein wenig Verständnis für habe, ist diese Eigenheimsiedlungen, die überall wie Pilze aus der Erde schießen. Mein Gott, ich habe ein Eigenheim. Ich gönne das auch jedem anderen. Aber man sollte vielleicht überlegen, ob auf der anderen Seite nicht irgendwo Flächen renaturiert werden können, wenn schon nicht in der Stadt Flächen frei sind, die dafür nutzbar sind. Aber das ist eine andere Frage. Da können Sie im Internet mal recherchieren, wo da die Problematik liegt. So. Bin ich schon fünf Minuten dran? Ungefähr vielleicht. Fünf Minuten. Und in den fünf Minuten, die der Film jetzt gedauert hat, sind 2400 Quadratmeter verbraucht worden. Das ist mehr als diese Fläche, die Sie hier sehen. Wieder drei Sekunden vergangen. Acht Quadratmeter pro Sekunde. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, mein Gott, dient ja alles unserem Fortschritt. Ich weiß nicht, wenn das Fortschritt ist, dann hat man irgendwas von Fortschritt nicht ganz verstanden. Aber ich will noch einen anderen Punkt anführen. Der mir viel wichtiger ist. Wir sind doch hier die Europäer, die immer so auf die anderen schimpfen. Da schimpfen wir ja auch immer auf die Brasilianer, die da den Amazonas-Urwald abholzen. Ja? Habe ich mal nachgesehen. Nehmen wir mal an, ganz Europa würde genauso Fläche verbrauchen wie wir. Europa ist 28,5 mal so groß wie Deutschland. Dann kommen wir auf 7282 Quadratkilometer pro Jahr, die in Europa verbraucht werden. 20 Quadratkilometer pro Tag. Das ist ja nicht erstaunlich. Zack, zu, weg. Das sind 13.855 Quadratmeter pro Minute. Also schon ein ganzes Dorf. In der Zeit, wo ich hier rede, haben wir in Europa ein ganzes Dorf zugepflastert. Das sind Tatsachen. Kann man im Internet Nachrichten scheren, müssen sie sich mal die Mühe machen. So. Und wir schimpfen ja immer auf die bösen Brasilianer, die da den Urwald abholzen. Die Abholzung am Amazonas liegt nur bei 5000 Quadratkilometer pro Jahr. Und dabei ist der Amazonas etwas kleiner. Das Amazonasbecken ist etwas kleiner. Also, wer will mir jetzt erzählen, dass dieser Konverter unbedingt auf freier Fläche, auf Naturlandschaft, ach so, ja, da komme ich mir gleich noch drauf, Naturlandschaft gebaut werden muss. Da hat irgendjemand, hat mir geschrieben, Ackerland ist ja keine Naturfläche. Das ist schon richtig. Ja, es ist hochindustrialisierte Landwirtschaft, die da betrieben wird. Aber, ich habe ja die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass irgendwann vielleicht einmal in ferner Zukunft auch das Umdenken bei denjenigen stattfindet, die da diese industrielle Landwirtschaft betreiben und das vielleicht auf biologischen Landbau umstellen. Also, Acker ist Acker. Aber, ob der nun jetzt biologisch oder konventionell bewirtschaftet wird. Acker ist Acker. Ich finde die Zahlen arg traurig. 255,5 Quadratkilometer pro Jahr. Allein in Deutschland. 7.282 Quadratkilometer in Europa. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also, ich bleibe bei meiner Meinung, auch wenn die Bürgerinitiative diesen Slogan hier rausgebracht hat. Wir sind zwar keine Feldhamster, aber auch keine Versuchskaninchen. Ich bleibe dabei, das Ding hat auf freier Fläche nichts verloren. Nicht nur das, auch viele andere Sachen. Jede weitere Naturzerstörung lehne ich ab. Das ist meine Meinung. Jetzt, bevor jetzt wieder Kritik kommt. Da werden ja Kinder missbraucht, um politische Ziele zu visualisieren oder zu durchzusetzen. Gebe ich zu. Ist auch mir ein bisschen übel aufgestoßen, dass Kinder instrumentalisiert werden, um solche Ziele durchzusetzen. Aber wenn es scheint, es nicht anders geht, dann lasse ich das gelten. Da waren Leute, die haben mir geschrieben, die Kinder werden, wenn sie älter sind, sowieso nicht hier wohnen wollen. Das mag sein. Ist bei mir ja auch so gewesen. Ich habe drei Viertel meines Lebens in der Stadt verbracht. Aber irgendwann, und da bin ich ziemlich sicher, kommen sie wieder hier hin. Und da hat dieses Ding da nichts verloren. Es gibt andere Flächen dafür. Das ist meine Meinung. So, und jetzt können Sie sich diese Zahlen mal auf der Zunge zergehen lassen. Mal überlegen, ob ich irgendwo nicht recht habe mit meiner Meinung. So, dann noch ein paar Filme von mir. Der Like-Button. Abonniere nicht vergessen. Bis demnächst. Tschüss. Im zweiten Teil geht es darum, wie weit wir schon sind. Wie die Erntemengen waren im letzten Jahr. Und im letzten Teil soll es darum gehen, wo der Zug letztendlich hinläuft. Oder wo der hinfährt. Was da...